Mein Name ist Peter Seidel und im Namen von ActiveTrades möchte ich Sie ganz herzlich zu unserem nächsten Trading Tour einladen. Beginnen werden wir in der Schweiz, in Zürich und in Basel am 23. und 24. September. Wer ist dort mit dabei? Das ist der Malte Kaup, unser Experte aus London und der Michael Volk. Ich denke, das sollte jedem ein Begriff sein und er sollte jedem ein Begriff sein. Das Ganze geht dann natürlich weiter in Österreich und zwar am 30. September in Graz und am 1. Oktober in Wien. Wer ist dort mit dabei? Der Christian Stern und ich, Peter Seidel. Ich bin Betreiber der Analyse- und Traderplattform forexhome.de und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns auch mal persönlich in Graz oder in Wien oder an beiden Städten begegnen würden. Wir können uns austauschen. Sie können sich mit anderen Tradern, die vor Ort sind, gemeinsam austauschen und unseren interessanten, hoffentlich für Sie interessanten Vorträgen lauschen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich schon drauf. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020